Auch nie mehr gelten, es ist egal wie wenig Geld die Dinge verdienen die Leute von NGD Studios, sie werden so stur sein wie noch nie, nein, wie immer. So, nächste Quest. Geht nach Gox, dann geht nach Hobstad, geht jetzt los auf der Orx. Okay, wir gehen nach Hobstad. Oder ausgetrocknete Höhen, das nehme ich in der Nähe. Wir gehen zuerst noch zur ausgetrockneten Ebene, dann nochmals kurz nach Birke, wo die Köste abgehen müssen. Das ist am besten. Weihnachtsbäume sind die nicht mehr da. Wir gehen mal kurz hier rund, weil hier ist meistens am Weihnachtsbaum. Aber auch diesmal scheint es nicht sein zu gehen. So Leute. Hä? Wir gehen jetzt leveln, also Quests. Ist mir egal wegen den Events. Wenn die nicht aufgetrocknet wollen, suche ich auch nicht dagegen. Nein. Ich suche sie nicht. Ich will sie zufällig finden. So viele Belohnungen bekommen auch nicht. Ich will doch ein Master Sword oder so etwas. Das ist richtig genial. Und doch keine Grinch Maske. Hey, geht's noch? Was ist das? Ich gönne dem Spieler gar nichts. Wir müssen natürlich greifen töten. Nein. Nein. Es ist der Koblin Schaman. Wo sind die? Da ist er. Komm abzeit. Jetzt. So. Und hier hast du einen fetten Schlag auf deine Fresse. Und? Ja. Abends. Geht nach Berg. Oh mein Gott. Was sind das für Quests? Ja, ja. Komm schon. Gute Schlauftabletten. So eine Methode langweilend. Das Zeugs. Mit dem immer abklingt Zeit und immer warten bis es fährt. Wieso warten? Man will spielen und nicht warten. Das ist so gleich wie bei Facebook Games oder Google Plus Games. Man muss immer warten. Man spielt doch kein Spiel um zu warten. Ich will actiongeladene Spiele wie Diablo. und Part of Exile oder sonst etwas. Da muss man nie warten. Okay. In den Ladenscreens sind die ganz gering. Vielleicht im Start von Part of Exile ist es ein bisschen länger. Aber ja, das ist doch nicht so... Die Engine wurde halt nicht so extrem gut gemacht. Wo man schnell laden eingestellt hat. Ja, heute nehme ich noch Terraria auf. Und eventuell... Ja. Und Diablo 3. Also wir gehen nach Hopstad. Auch wenn wir nur eine Quest dort abgehen, wir gehen nach Hopstad. Und? Ja. Ich falle einen Meter runter und habe mir das Genick gebrochen. Jetzt kann ich nicht mehr laufen, weil mein Genick erbrochen ist. Ich bin auf die Fresse gefallen. So brutal, dass meine Fresse so zugesch... geschissen wurde. Ja. Passt gut. Ramponiert eine Zähne draußen. Die Nase so flach wie Flunnen. Und das Kinn... Das Kinn sieht aus... Wie ein... Wie ein... Org-Gesicht. Org-Fresse. Org-Org-Fresse. Wie eine Org-Fresse. Wie eine Org-Fresse. Wie eine Org-Fresse. So. So fett. Angeschwollen. Machieran. Ist zu tun ganz schön. So. Dieser Weg ist so unendlich. Dieser Weg ist so dumm und schön. Nein nicht schön. Unschön. Die Seine nervt da oben. Aber ich werde es so ablosen, weil die Barbaren-Schützen einfach stärker sind als die Hexenmeister. Na dann werde ich aber mit dem Herr Schämmel geteinander. Bis dahin ist es ein langer Weg und ja, ich hoffe ich bekomme Unterstützung von euch. So viel Unterstützung wie möglich. Kommt, bitte. Macht euer Leben zur Qual um mich zu helfen. Ganz schön. Ähm, was muss ich hier machen? Vielleicht mit Arnold und wo ist Arnold? Aramold. Ja toll, wo ist Aramold? Man geht in die Stadt und muss dann wieder zurück. Ich glaube ich habe die Krise. Heute ist wirklich der Anti-Terror-Anti-Regnum-Tag. Wieso komme ich jetzt auf Terra? Ja toll, jetzt muss ich dort hinten. Hm. Wieso schaue ich nicht auf die Mörder? Ah, gutes Pferd. Sieht irgendwie interessantes. Ja toll. Ja, da müssen wir heran. Antartika ist abgehört. Oh je. Ich habe wieder Bock auf Sky-Map, dann bin ich wieder zu verwöhnt. Pinion-Kreuzung. Wo ist die Pinion-Kreuzung? Wo ist das Kreuz der Pinion? Wo ist die Pinion-Kreuzung? Aha. Okay, kann man hier irgendwo durch? Ja, dann gehen wir hier rechts, runter und dann hoch. Dann nutzen wir die Karte hier. Einfach so. Ach, wenn man sie nicht richtig sieht. Weil sie unsichtbar sind. Ich bin doch wilder. Schlaftabletten vielleicht. Nein, nicht Anti-Schlaftabletten. Aber da A-Regnum ist eine gute Schlaftablet. Schneebelicktes Plateau. Schneebelicktes Plateau. Super. Hier habe ich 30 FPS, aber wenn die war es soll, habe ich 25. Oder ist das Video jetzt fertig aufgenommen? Ich glaube nicht. Also hochgeladen, meine ich. So. Ja, das Rauschen irgendwie ist da ein bisschen etwas verpackt bei Racknum. Neues Gebiet, so kreuzt oder was. Sag ich. Also es liegt nicht an der Grafika, das war bei meiner Ahnung auch so. Also es sind beide schuld daran. Soundkarte, meine ich. Hey, was ist da los? Ich bin auch müde. Lass mich, ich bin müde. So. Nächste Pest. Jetzt habe ich hier irgendwas bekommen. Nix? Ein nix! Ich habe nicht nix bekommen! Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht wundervoll? Ja, ich gehe einfach mal in die Bibliothek. Gut und fair. So, so nicht. Ich bin schon die Quester immer die gleichen. Ich bin schon die Quester immer die gleichen. Ah, nochmals in die Bibliothek. So. Und heute kommt hoffentlich wieder ein Livestream. Also nicht vergessen um, sagen wir 4 Uhr. Ist eine gute Zahl. Sonst um 6. Aber es soll wahrscheinlich 4 Uhr schon haben sein werden. Oder sagen wir halb 5 Uhr. Je nachdem ob ich dann noch ein bisschen schlafe. Weil ich soll viel zu viel sein. Ah, die Quester ist vorbei. Da können wir die nächste von diesem Gokkel annehmen. So. Jetzt schauen wir mal. Wir gehen jetzt dort runter. Wir müssen wahrscheinlich Bären tönen. Ja, da kommen wir wieder nicht durch. Wir haben das gleiche. Als ob die Kesseln hier unbedingt nötig wären. Und die Treppe könnte ja auch woanders sein. Aber nein. Man muss den Durchgang einfach mal zu belasten. Sonst muss ja da auf die Details geachtet werden. Ihr habt hier auch keine Details untergebracht. Also bitte. Ei, ei, ei. Ich verstehe manchmal die Entwickler nicht. Aber lassen wir es. Man muss schon selber programmieren können. Um das perfekte Spiel zu machen. Und solche Kleinigkeiten halten mich nicht. Alles war's. Bissiger Daggerfang. Okay, man muss Katzenfell nehmen. Ziehen wir bitte das Fell über die Hohen. Einen? Ja, ich will aber keinen anführen, bitte. Yay, das hat wieder sehr viele Daggerfangs. Das letzte Mal bei den Wieseln. Was war das? Ja, die sind jetzt gerade nicht da. Heute. Ja, Wieseling ist er. Hä, Melin. Du was. Hey, Darkerfangs. Darkerfangs. Hey, hallo. Oh. Ich habe nur ein Fell von zwölf, weil die einfach nicht aufkreizen. Hier gibt es wahrscheinlich dann bald wieder keine Darkerfangs. Und ich muss das Let's Play mit anderen Content füllen. Oh. Ich kann sehr gerne rumheulen. Ich weiss. Fahre mir zum Welchke. Nein. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Sonst wäre ich nicht so gut dran. Momentan. Wieso beleidige ich euch? Wieso nur? Wieso bin ich so böse? Wieso? Ich bin doch so böse. So böse. Wieso? Ich will gerne in die Quest. Oh mein Gott. Ja. Bisschen Morgentraining schadet nie. Jogging. Jogging. Und Sprinking. Und Parkour. Yeah. Kann man sehr gut in die Beine machen. Wir können sogar in den Bäumen hochklettern. Und hier. Man kann hier draufklettern. Ja, kann man wirklich. Prima. Die haben das eingebaut. So. Blitz des Zeus. Hallo. Oh mein Gott. Das ist doch nicht weit.